Hallo Leute, ich habe mir gedacht, ich drehe mal wieder ein neues Video, weil Tobi und ich haben uns eine Kamera zugelegt. Ich drehe heute mal ein etwas hilfreiches Video vielleicht, hoffe ich zumindest. Ich drehe ein Video mit fünf hilfreichen Tipps, wie ihr aus einem Tief oder wie auch immer ihr das nennen mögt, wieder herauskommen könnt oder zumindest Ansätze, um aus diesem Loch wieder herauszukommen. Punkt Nummer eins und das ist der allerwichtigste Punkt von allen Punkten, denn ohne diesen Punkt ist es fast gar nicht möglich, die anderen Punkte zu befolgen. Zum Beispiel ging es mir immer so, dass ich dachte, oh Mann, kann ich nicht endlich mal normal sein? Warum muss ich mich so fühlen? Muss es jetzt gerade heute so sein? Das dürft ihr auf gar keinen Fall denken. Ihr müsst in allererster Linie akzeptieren, dass ihr euch so fühlt und zwar könnt ihr euch sagen, es ist in Ordnung, dass ich mich jetzt besser fühle. Es ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber es ist in Ordnung. Ich bin imstande dazu, diese Gefühle umzudrehen und mich anders zu fühlen. Ich kann was daran ändern, dass ich mich heute besser fühle. Wenn ihr diesen Punkt geschafft habt oder zumindest einfach damit anfangt, dann seid ihr schon wirklich weit, weit vorangekommen und das ist schon die halbe Miete. Punkt Nummer zwei. Macht euch eine Liste mit positiven Dingen. Zum Beispiel sind das Dinge, die euch glücklich machen, Menschen, für die dankbar seid, dass die in eurem Leben sind, Dinge, die euch, das sind meine Katzen, Dinge, die euch immer wieder aufmuntern und die euch schöne Gefühle bringen, weil das sind die Gefühle, an die ihr euch halten müsst und findet meine Katze auch, die euch dann letztendlich auch wieder aufbauen. Gleichzeitig, wenn ihr schon so weit seid, empfehle ich euch auch eine Liste zu machen mit den negativen Dingen. Zum Beispiel Leute, bei denen ihr das Gefühl habt, dass sie euch nicht gut tun, dass sie euch nicht unterstützen oder nicht hinter euch stehen in dem, was ihr tut. Ein falscher Freundeskreis. Wenn euch das nicht gut tut, dann sind das die Leute, von denen ihr euch trennen solltet. Genauso die Dinge, wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr müsst einmal in der Woche zum Ballett gehen und eigentlich gefällt euch das gar nicht. Ihr geht nur dahin, weil eure Mama das will. Es sind nicht die anderen Menschen, die ihr glücklich machen sollt, sondern euch selbst. Mit dieser negativen Liste könnt ihr dann anfangen, langsam diese Dinge auszusortieren und so kommt ihr dem Glücklichsein immer einen Schritt näher, wenn das manchmal schwer sein mag. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es immer nur an den anderen Menschen liegt, aber es ist auch halt so, dass wenn ihr euch schlecht fühlt, dass ihr auch von solchen Leuten umgeben seid, weil man sich automatisch meistens an Menschen hängt, die dem widerspiegeln, wie man selbst zu sich ist. Es ist auch gut, immer mal einen Blick auf die Leute um einen herum zu werfen oder um die Aktivitäten um einen herum, ob die wirklich auch gut für einen sind. Punkt Nummer 4. Da muss ich sagen, wenn ich super, super dankbar, dass ich Tobi habe. Er ist halt so jemand, der immer wieder versucht, mich rauszubringen. Wenn ich zum Beispiel ein total schlechtes Wochenende habe oder so, dann sagt er, lass uns doch mal rausgehen, spazieren gehen ans Wasser. Wollen wir nicht da und da hingehen und was trinken gehen? Einfach nur, um mal die eigenen vier Wände zu verlassen und vielleicht die negativen Gefühle da zu lassen, wo ihr den ganzen Tag abhängt. Es hilft manchmal einfach schon rauszugehen und eine andere Umgebung zu sehen. Macht Dinge, die euch positive Gefühle geben. Zum Beispiel geht ein Eis essen oder ans Wasser, macht schöne Fotos, singt ein Lied draußen auf der Straße, was euch immer einfällt. Aber das hilft meistens schon, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Punkt Nummer 5. Und das ist für viele sicherlich ganz schwer, für mich selbst auch. Sucht das Gespräch. Sucht nach einer Person in eurem Umfeld, bei der ihr das Gefühl habt, dass ihr euch dieser Person anvertrauen könnt. Sprechen ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ihr nicht sprecht, dann fresst ihr alles in euch selbst hinein und es macht meistens alles nur noch schlimmer. Es ist wirklich ganz wichtig, mit Leuten zu reden. Wenn ihr niemanden in eurer Umgebung habt, bei dem ihr das Gefühl habt, dem könnte ich mich anvertrauen, es gibt Beratungsstellen. Ihr müsst vielleicht zu einem Psychologen gehen. Natürlich ist es wichtig, aber ich glaube, das schreckt viele auch ab. Ihr könnt auch zum Beispiel einfach zu der Diakonie gehen. Die bieten an, dass ihr immer mit jemandem reden könnt oder wenn es eine Freundin ist. Wenn es euer Hund ist oder eure Katze. Also mir hilft es schon immer, wenn ich einfach ein bisschen mit meinen Katzen kuscheln kann und denen einfach erzählen kann, wie ich mich fühle. Einfach, dass ihr es loswerdet, dass ihr euch frei macht von diesen negativen Sachen und diesen negativen Gedanken. Ihr werdet vielleicht nicht sofort merken, dass euch das hilft, aber nach ein paar Mal werdet ihr merken, es ist doch ganz schön, mal was loszuwerden und mal mit jemandem sprechen zu können. So möchte ich sagen, dass es natürlich wichtig ist, diese Dinge nicht nur einmal zu tun, sondern das sind Punkte, die ihr regelmäßig anwenden könnt. Was mir auch noch super, super doll geholfen hat und das ist jetzt ein extra Punkt, der gar nicht mit auf meiner Liste steht. Ich habe mir hier nämlich so eine coole Liste gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Ja, jetzt habe ich den Punkt auch schon wieder vergessen. Was habe ich denn gesagt vorhin? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich vergessen. Fällt mir bestimmt wieder ein, wenn ich das Video bearbeite, ich schreibe es sonst in die Infobox. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen helfen. Ah, ich weiß wieder. Es kann schon so, so, so viel ändern und euren Tag schon so super positiv einstimmen. Also ich schlafe zum Bett. Wacht auf. Könnt ihr euch sagen, heute wird ein guter Tag. Das, was ich mir vorgenommen habe, kann ich schaffen und alles wird gut. Wenn ihr damit schon aufwacht, dann gebt ihr den negativen Gedanken gar keine Chance, überhaupt Kontrolle zu übernehmen. Oder wenn ihr vor dem Spiegel steht, lächelt euch einmal selbst an so. Du siehst aber gut aus heute. Wenn ihr das macht, fühlt ihr euch schon gleich ein bisschen besser. Habe ich dir nicht aufgeschrieben den Punkt? Ihr seid selbst euer bester, bester Freund. Wenn eine Freundin beispielsweise zu euch kommt und sagt, oh mein Gott, ich bin so dick, ich fühle mich so hässlich, dann sagt ihr zu der Person ja nicht, ja, du bist so scheiße hässlich. Ihr sagt ja dann zu der Person, nein Quatsch, du bist schön, so wie du bist. Macht ihr keine Gedanken. Ihr sprecht der Person dann ja Mut zu. Und deswegen könnt ihr genauso mit euch selbst sprechen. Das ist so wichtig. Ihr könnt es schaffen, da bin ich ganz sicher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, schreibt mir gerne. Oder wenn ihr andere Ideen habt für Videos, ich bin immer offen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht einigen von euch da draußen helfen. Ich bin selbst viel damit beschäftigt und versuche mich zu bessern. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Bis bald.